Wunderbar. Wunderbar. Kaum trägt man mal den Rücken, sind alle guten Vorsätze über einen Haufen. Denken Sie eigentlich, Sie können mich verdummt verkaufen? Ich bin doch nicht blöd. Haben Sie im Ernst das Gefühl, ich sehe das nicht? Ich sage Ihnen jetzt etwas, wenn das noch einmal vorkommt, dann fliegen Sie. Alle, ich sage es Ihnen jetzt zum letzten Mal. Bananenschale gehört in grünen Abfuhr und nicht in Papierkorb. Ist das klar?